ARD Text im Auftrag von Funk Hey. Hallo. Du hast ja deine Hausaufgaben immer noch nicht angefangen. Hab gerade keinen Bock drauf. Ja, ich hab aber jetzt Bock drauf, dass du deine Hausaufgaben machst. Hey, ich will weitermachen. Nee, ich nehm jetzt deine ganzen Sachen mit. Und wenn du deine Hausaufgaben fertig hast, dann kriegst du sie zurück. Das ist nicht gerecht. Hausaufgaben nützen gar nichts. Viel Spaß. Das ist eine gute Ausgabe. Das ist eine gute Ausgabe. Ich nehme dich an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017